Was ist das? Ein Poster. Natürlich. Die liegt da unten halt mit den größten Kopfschmerzen, die es gibt. Er braucht eine Morphinspritze und wir dödeln hier oben rum. Ähm. Oh, Max, es ist so schön, dich hierher zu haben. Oh nein. Ich wusste nicht, wie schlimm Chloe's Entdeck wirklich war. Spinal Center. Spinalzentrum Arcadia Bay. Sehr geehrter Mr. und Mrs. Price. Wie letzte Woche besprochen, zeigt Chloe respiratorisches System Anzeichen rapider Schwächung. Dies ist die Ursache für ihre seit kurzem auftretende Anämie und ihre Atemprobleme. Als Arzt liegt mir ihr Wohlgehen am Herzen, aber ich möchte, dass sie sich der Realität bewusst sind. Das Versagen des respiratorischen Systems ist nicht ungewöhnlich bei Patienten mit schweren Verletzungen am Rückgrat. Ihre Tochter ist eine der mutigsten und stärksten Patientinnen, die ich je hatte. Ich bin stolz, mit ihr zu arbeiten. Ich möchte sie als Eltern nur auf alle Möglichkeiten vorbereiten. Ich denke, Chloe sollte über die Änderung ihres Zustandes informiert werden. Wenn Sie dies ausführlich besprechen möchten, wissen Sie, wie Sie mich erreichen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Anton Fibes. Ich habe keine Ahnung, was das respiratorische System ist, aber hey. Oh, Chloe raucht jetzt? Ähm, Joyce raucht jetzt? Joyce ist bereits eine Supermom. Dr. Bill. Erinnert mich ein bisschen an Dr. Phil. Falls den jemanden kennt. Supermom, lead the family. Hm, Joyce hat damals in der Diner liebt. Good morning, Max. Oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. Joyce? How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie. It's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. Plus, you guys have to work, too. Ah, Bill and I have no time for ourselves. We're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescott's? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So, maybe I should care. For Chloe's sake. Do you know somebody named David Madsen? He, um, might hang out at the two whales. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, um, I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I, we're lucky to have him. Is William still the same? After everything that's happened? For better and for worse. But always for the better. I... I never thought I'd love a man so much I can't imagine life without him. Sounds corny, I know. You rule, Joyce. Shit. Things would be different if I did. I like how you think, kid. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get me any visitors. Oh, Max. You're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. Who helps Chloe out when you guys are at work? We have a series of revolving nurses and... Kea take his... Chloe still causes trouble even if she can't move. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak and she... She... Do you know what I'm saying? Joyce. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family. And we'll always be one. No matter what. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Okay. How's it going time, Tripper? It's funny. I think I look older. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Mach ich hier nochmal kurz auf. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. It's cool that Chloe uses natural medicine too. Ja, da bin ich eigentlich auch immer dafür. Nothing here. The bathroom looks worse. Ich bin lieber so natürliche Medizin benutzen als... Ja... Anderes... Zeug. Hier war noch was. Bonjour. Das ist großartig, dass sie endlich nach Paris waren. Scheiße. Das ist nur für Chloe's grundsätzlichen Bezüge. Sanitätsartikel Kronenberg, Rockcastle, Oregon. Rechnungsdatum 30. März 2013. Gesamtsumme überfällige Zahlung 8.587.000. Nee. 8.567.89.000. 10.000.000. Endlich. Gib mir die Blutpil. Wo anschließen? Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See? I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Um, stop me if I'm being too emo. But can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please, my diary is like Emo Ground Zero. Plus Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Foto album, foto album. Ah. War das vorhin auch schon da gelegen? Say what? Is that okay? Perfect. Oh, my God. Look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a time out. And you laughed at him. My dad would have banished me. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Okay. Oh, man. There we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only five years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. Ah. This photo. Maybe I could... Listen, Max. My respiratory system is failing. And it's only getting worse. Oh, ich weiß überhaupt, oh nein, ich weiß, worauf das hinausläuft. Ich habe gesagt, dass ich mit dir wiederum bin, ist so special. Ich wollte einfach, als wir Kinder sind, um in Arcadia Bay zu fahren, und alles war möglich. Und du hast mir das Gefühl, heute. Ich möchte, diese Zeit mit dir, sein meine letzte Erinnerung. Du verstehst? Ja, ich verstehe. Alles, was du hast, ist, dass du die I.V. 21. Ich wusste es. Ich wusste es. Akzeptieren, verweigern, ja, ich... Ich bin ehrlich, wenn ich in Chloes Situation wäre, ich würde es auch wollen. Dass man mich da einfach abschießt, sozusagen. Ich fall ein... Es ist... Ich... Also, Chloe, oder... Ich rede mal von mir selbst, wenn ich in der Situation... Wenn ich in Chloes Situation wäre, wenn ich irgendwie gelähmt wäre und nichts mehr machen könnte. Ähm, ich würde einfach nur jeden zur Last fallen. Ich würde jeden... Ich würde meinen... Ich würde meine Familie einen Haufen Geld kosten. Aber ich würde meinen Tod nur, äh, aufschieben. Ich würde jetzt erstmal... Ich würde jetzt erstmal... Ich weiß es nicht. Ich würde erstmal auf A drücken. Ich weiß es nicht. Ich will nicht direkt... Ich weiß es nicht. Also... Ich will nicht direkt so, ja... Äh, äh... Chloe sagt... Äh... Dreh einfach hier auf 11 und baller mich weg. Und du merkst so, ja! Jawoll! Alles klar! Gute Idee! Machen wir! Äh... Ich weiß nicht. Ich würde... In der... Wenn... Jemand sowas sagen würde. Mein... Mein... Mein bester Freund. Mir... Wenn mein bester Freund mir sowas sagen würde. Ich würde da auch erstmal... Ich würde ihn natürlich... Verstehen. Warum? Ich würde aber nicht sofort sagen, so... Ja! Alles klar! Machen wir! Ich würde halt auch erstmal... Ja! Ich weiß es nicht. Im Endeffekt würde ich es doch machen. Ich drück mal... Ich weiß es nicht. Chloe... I... I really don't know if I can do this. I had another friend... Who wanted to... End it all. And I did everything I could to try and save her life. Aber das war was anderes. How can I be responsible for ending the house? I mean... There's gotta be another way. Hi. 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 I'm asking you to help me the same way. I want to help you Chloe, but... I... I think my help is hurting. At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just... Do it. Look at me. I'm at the mercy of... Everybody. For once... I want to make my own choice. The most important one of my life. Please... Help me, Max. Okay. 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 I think I have enough... my standpoint to be- Also, wenn ich in der Situation wäre, wenn ich in Chloes Situation wäre, würde ich genau dasselbe wollen. Ich kann Chloé da auf jeden Fall verstehen. Also... Chloé, ich werde nur schlafen. Sie träumen von uns hier zusammen.永永遠. Ich würde dabei aber noch ihre Hand halten. Vielen Dank. Ich bin so stolz von dir, für folgen deine Träume. Nicht vergessen, mich. Ich liebe dich, Max. Ich werde dich wiedersehen. Sooner als du denkst. Ich bin so stolz von dir. Ich weiß nicht. Wie wird das eigentlich vom Gesetz gehandhabt, wenn wir sowas machen? Oder wenn man sowas machen würde? Mord? Beihilfe zum Suizid? Sorry, William. Ich bin so stolz von dir. Ich bin so stolz von dir. Ich bin so stolz von dir. Dad will get one of them newfangled computers. Ich hoffe, die Flash nicht schlafen, Max. Das ist ein Keeper. Hallo? Hey, honey. Was? Oh, ich wusste nicht, dass du brauchst. Ich bin so stolz von dir. Natürlich werde ich dich holen. Oh, shit. Where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. Max, you're being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I... I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different. Like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen. Whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. And, please. Let's go. Keep in mind. Let's get into the future. There's a few more materials. Can you help me to move on? By the way. Let's go. We'll be and get into the future. We will be back to the future. I'll be back to my, my friend, my friend. This is what I want. I'd say, for sure. I'll be back to my friend. So I'll be back to my friend. You'll be back to my friend. Yes, I'll be back to my friend. It's definitely a little bit better. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020